einen wunderschönen guten tag mal wieder zusammen haben wir uns eigentlich schon mal über das thema draytec unterhalten ich glaube ja anfänglich haben uns hier über das thema unterhalten draytec modem in dem fall hier das vigor 167 das ist also echt das allrounder schwein was ihr einfach braucht wenn ihr ganz normales dsl bei euch zu hause macht mit irgendeinem eigenen router okay tun wir beiseite dann haben wir mittlerweile da zeige ich euch das video aber noch uns auch schon mal über den video 160 beziehungsweise das da ist der video 166 und da steht auch schon vorne drauf fast modem haben uns noch nicht darüber unterhalten kommt aber noch was ich euch heute zeigen möchte sind diese beiden schönen schätze kennen hier es gibt natürlich von den drags auch nennen wir es mal so router modems mit wlan drin also die allround schweine schweine ihr kennt die quasi von da man mal so um ihr kennt fritz boxen oder diese telekom scheiße oder diese eins und eins scheiße hier reden wir wirklich mal über geräte die einfach und jetzt kommt es wirklich ich gebe euch schon mal so ein bisschen fazit einfach in richtig geil einmal alles ich rede von alles einfach einmal alles können und die zwei gucken wir uns jetzt gemeinsam an also wie gesagt modem drin router drin keine ahnung kindersicherung drin monitoring login drin wlan's drin alles drin ich zeige euch natürlich alles ich habe alles vorbereitet und auch ein bisschen theorie gehört auch dazu wir schließen alles an wir testen alles ich zeige es euch und zwar jetzt also ihr habt es gerade schon gesehen ich habe hier einmal denen wie heißt ja ich glaube lasse ich mal auf die kartonage gucken einmal den 27 66 das ist der hier im bild rechts das ist der kollege hier und wir haben einmal den 8 28 66 das ist der im bild hier der linke kollege lasst mir jetzt mal die kartons weg packen und dann geht es weiter ich habe die zwei vor konfiguriert ich wollte euch jetzt keinen konfigurations video zeigen ich wollte euch erstmal einen überblick verschaffen was kann man mit den teilen überhaupt machen und glaubt mir wenn man sich drei minuten mal mehr angeguckt hat stellt man fest alter geil warum habe ich das nicht früher und das sage ich nicht weil ich irgendwie die dinger hier gestellt bekommen habe was ich dazu sagen muss eine viel lieben dank android dass sie mir die zur verfügung gestellt haben sondern das sage ich weil die dinger wirklich wirklich wenn man tiefer reinschaut einfach alles kann und auch nicht nur auf dem level fritzbox user sondern auf dem level fritzbox user bis hin zu wenn man wenn es halt eben passt mittelstand würde ich sagen kann man die teile echt echt gut gebrauchen dort was habe ich eingerichtet der große hier bekommt jetzt gleich einfach per dsl reines vdsl vdsl2 ich habe sogar hingeschrieben bei mir wird irgendwie das profil 17a gezogen also kein super vectoring oder sonst was sondern einfaches vdsl 250 m wird wird an die kiste hier angeschlossen und ich habe natürlich ein netzwerkkabel daran damit ich jetzt gleich von meinem pc an die kiste herankommen dann haben wir zumindest das thema dsl weil die teile können nämlich multi waren und load balancing und was nicht alles also richtig richtig gut und deswegen habe ich gedacht alles klar ich richte die andere kiste einfach mal anders ein stellen wir uns vor wir haben irgendwie modem von unserem provider was auch immer und wir wollen die kiste einfach als wlan router und für was ich war noch irgendwie benutzen wie gesagt wie lans und so weiter kann die kiste alles habe ich gesagt alles klar ich richte den hier einfach mal ein als der waren überladen denn auch das lässt sich ganz einfach einstellen und wie gesagt man lässt sich sogar einstellen welcher port macht waren und so weiter und so weiter einfach super super geil ich werde die kisten jetzt hier aufbauen und dann zeige ich euch mehr angeschlossen ist jetzt alles die dinger müssten auch mittlerweile hochgefahren sein ich wollte euch aber echt noch mal so ein bisschen auch die funktionen hinweisen dass man hier wirklich nicht auf irgendwas aber ganz wichtig noch erstmal die ganze dsl kabelei scheiße ist mit dabei und einfach mal guck mal einfach mal zwei meter netzwerkkabel und nicht so ein kurzer abgebrochener stummel wieder halt eben bei anderen sachen dabei ist nein einfach mal ein stück kabel damit man das ding auch einfach mal um den schrank herum irgendwie legen kann muss ich erstmal sagen mein kleiner respekt dass auch sowas noch geht dass wenn man zwei meter kabel zumindest dabei bekommen also vielen vielen dank wir haben einfach mal das beispiel jetzt von dem 28 66 ich will gar nicht auf die spezifikationen tiefer eingehen weil dann müsst ihr sowieso für euch selber wissen wie heißt das was ihr halt eben braucht ganz wichtig die dinger gibt es mit mit wlan die gibt es ohne wlan die gibt es mit lte und die gibt es ohne lte wir haben hier sozusagen die ohne lte mit wlan variante nur ich glaube dann heißt die irgendwie 28 66 x oder irgendwie sowas also so wie ein normales router dsl modem halt eben gebraucht wird zu hause wenn man zwar für eine fritz box rausschmeißen will viel wichtiger noch hier seht ihr auch überall noch mal die ganzen auflistungen und hier unten kommt so jetzt diese ganzen spezifikationen und da muss ich mal ein großes lob aussprechen dass ich einfach mal ausgeschrieben wird was kann denn die kiste und die haben was nämlich schon dsl technisch also egal ob ihr 1 und 1 t online magenta tv und keine ahnung was halt eben oder vodafone oder sonst was habt ihr werdet hier bedient und ihr werdet hier halt eben auch auf dem neuesten stand der dinge bedient und ich kann euch hiermit versprechen weil ich hatte auch bis telefonischen kontakt mit den kollegen wenn man irgendwas neues kommen sollte irgendwelche neuen profile oder sonst was hier gibt es laufend updates also ihr habt da zum beispiel vdsl g fast ich habe gehört nur im raum köln aktuell bei irgendwelchen lokalen anbieter irgendwie unterwegs damit kann man halt eben wirklich sehr hohe performance auf kurzer distanz aber kann man sehr hohe performance schaffen und erreichen aber da kommen wir mal ganz anders wo ich will nämlich immer mal in einem video mit euch über durch dieses ganze vdsl g fast super vector ring und was nicht alles einmal so ein bisschen durchgehen alles das kann die kiste braucht man nicht jetzt sehen wir zwischen waren funktion ja also nicht nur dass die dinge über dsl kommt sondern ihr wenn ihr auch irgendwie ein anderes jetzt zwischen kabel mode habe ich ja hier auch kann man auch ganz mal anschließen und dann hat er halt eben da ein waren port oder ihr habt ein lte und dsl da ging kein loben lansing freunde ihr könnt doch einfach ein feller einrichten fällt oder dsl irgendwie aus oder was auch immer was schaltet er halt eben ganz normal um auch ganz normal lte also stopft ihr da einfach irgendeine free net karte rein oder mit was ich war eine aldi tor karte rein keine ahnung was könnt ihr entweder load balancen oder ihr könnt sogar ein failover machen einer und das in echt einfach direkt über die oberfläche ne also war auch erst mal da ich gesagt habe gar nicht so schlecht netzwerk merkmale ich will jetzt gar nicht so weiter durchgehen denn ab jetzt wird es nämlich wirklich super super viel und da muss man wirklich sagen erstmal hut ab dass wir hier ein gerät haben wo alles und ich rede von nicht frickeln ich rede von nicht frickeln sondern es ist fertig ihr könnt einrichten mit allen möglichen optionen die erkennt und ich glaube das habe ich so wirklich wirklich noch nie irgendwo so wirklich gesehen dass und gerät das einfach alles und direkt über die über die web gui die vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäßes aber ganz ehrlich ich glaube diese gui die wir jetzt gleich sehen die passt ganz gut ins bild gut wir haben hier feier wollen wir haben alles mögliche mit wlan 5g 2,4 g trallala feier wohl thema wir haben die durchschutz und so weiter das ganze netzwerk thema mit bandbreiten menschen zeige ich euch auch gleich ne ihr habt kinder content security management ihr habt kinder ihr könnt content verbieten ihr könnt urls verbieten ihr könnt traffic limits einstellen ihr könnt irgendwelche zeit scheduler einstellen alles klar internet ist nur verfügbar für die kinder zwischen 17 und 19 uhr keine ahnung kann man zum beispiel so machen oder irgendwie eine traffic regel keine ahnung wenn man noch gibt sicherheit noch irgendwelche regionen in deutschland oder woanders wo es noch irgendwelche traffic filter oder irgendwie sowas gibt kann man halt eben alles einschalten telefon habe ich oder kann ich hier überhaupt gar nicht testen ich weiß nur ist drin thema vpn ich mache mal ein ganz kleines ganz kurzes kleines aber ihr habt hier drin vpn technisch alles was ihr braucht also von l2tp über ipsec ssl vpn nicht schlecht ihr habt hier open vpn drin das einzige wasser noch ein bisschen nach nach bringen müssen ist es fehlt einfach war ja das weiß ich das haben andere geräte von draytech schon ich hoffe natürlich dass mit eins der updates sie kommen irgendwann das thema war ja gerade hier mit einzug findet es ist einfach auch hier wir reden hier von hardware die natürlich keine reisen cpu oder keine ahnung was hat sondern irgendein chip ich weiß nicht welchen um gutes will ich weiß nicht auswendig aber mit weyer gerade könnten wir damit sicher ziemlich geil ist und ziemlich schnelles vpn erreichen deswegen hier meine bitte packt war ja gerade bitte mit auf die software der draytech wlan wie auch immer dsl modem router kanale genannt werden und dann sind wir damit auch wirklich d'accord genau so viel wichtiger noch das ganze monitoring thema steht ja gar nicht wir gucken jetzt einfach mal in die kiste rein würde ich sagen so vigor login page so das ist der große der mit dsl direkt verbunden ist das heißt der baut selber als dsl als dsl modem eine verbindung ins internet auf ich habe hier standard admin admin und wir klicken uns jetzt einfach mal gnadenlos durch ich muss mal eben den ton ausmachen wunderbar was sehen wir denn das ist erstmal die oberfläche wo wir auch wirklich einfach mal angezeigt bekommen was gibt es was ist denn wie verbunden was ist worüber verbunden finde ich schon mal ziemlich gut ihr seht auch oben die ansicht ist von dem gerät selber und ihr könnt doch auf die dinge hier draufklicken dann gelangt ihr auch in das entsprechende menü also das dashboard verrät schon mal am anfang ja die ersten informationen ja und auch hier jetzt ja ich weiß ja die ersten wenn jetzt schon wieder hier in die kommentare hashtag ip league rein schreiben denn mein dsl modem hat sich natürlich gerade verbunden da steht die ip-adresse ich versuche ob ich die gui ein bisschen größer für euch kriegt bekomme ich da steht gerade meine dsl ip-adresse das heißt die ist dann gleich eh wieder anders aber egal ihr seht jetzt hier man hat mehrere warnschnittstellen wir arbeiten uns jetzt so ein bisschen einmal durch das ganze thema durch wir haben jetzt hier mehrere warnschnittstellen in meinem fall ist es jetzt vdsl2 mit ppp eine ip-adresse eine uptime und wenn ich draufklicke gelange ich natürlich auch zu den ganzen informationen also hier jetzt standard ppp ppp einwahl gebe ich oben benutzer name passwort ein alles andere habe ich die folgt gelassen natürlich es gibt hier die möglichkeiten jetzt nicht hier unter dem anderen reiter wieder diese ganze wlan scheiße mit wlan 7 einzustellen das wird wahrscheinlich ja auch irgendwo der fall sein wenn ich jetzt hier einfach mal gucke vdsl2 ja da kommen wir hier wo hier hin da haben wir es adsl vdsl2 g fast wie land tech ich meine unsere standard großen vodafone 1 und 1 telekom und so die haben dann dieses wlan tech 7 auf dem dsl drauf also können wir hier alles einschalten da seht ihr auch schon was ich eben schon mal gesagt habe wenn es mehrere internet verbindungen geben würde wie gesagt ihr habt die möglichkeit dsl anzuschließen ihr könnt ein anderes modem anschließen das heißt also wenn ihr um wenn ihr umbauen solltet ihr habt jetzt nur ein modem und ihr wollt eine route haben könnt ihr auch erst mal so lange noch mit eurem modem weiterarbeiten oder mit eurem anderen gerät weiterarbeiten bis ihr die kiste fertig eingerichtet habt und erst dann schaltet ihr zum beispiel um ist ja nur eine idee und dann seht ihr schon man kann die load balancing machen und in den einstellungen kann man auch irgendwo sagen hier active mode da gibt es dann backup und bei dem anderen steht dann failover je nachdem was man einschaltet kann man das ganze dann hier ganz normal einrichten hier haben wir auch das thema schon mit waren budget wir können einfach total einfach ich habe es eben getestet können wir einfach das budget eingeben wie wie viel will ich denn darüber pumpen habt ihr zum beispiel der lte antenne hier an waren fünf usb port könnt ihr eingeben ok fünf gigabyte und wenn da die fünf gigabyte erreicht dann macht er da erst mal feierabend nur damit ihr nicht irgendwie auf einmal irgendwelchen traffic dazu bucht oder sonst was dementsprechend haben wir dann einfach den vorteil dass der einfach dann sagt zu und dann benutze ich halt eben die andere internetverbindung oder wenn keine andere zur verfügung steht dann macht er halt eben erst mal zu diesem zeitpunkt ganz normal dicht damit haben wir das thema internet geklärt schnell zurück zum dashboard da sehen wir natürlich wir haben internet das heißt hinter internet kommt jetzt quasi ein bisschen nothing und mein netzwerk und wir reden hier über den router der halt eben auch routen kann wir sind hier nicht mehr bei einer fritz box natürlich kann man das ganze so einrichten dass wir ein netzwerk haben und fertig aber ich sag mal so rum wer gerne bastelt der hätte ganz gerne vielleicht mal noch einen gäste wlan vielleicht noch einen iot netzwerk für eure alexas oder euro für eure heizungssteuerung oder sonstwas kann man hierüber alles machen und das alles über den punkt land auch da wieder es baut sich nacheinander auf ihr seht schon es gibt mehrere vordefinierte lans ab diesem punkt wird es halt eben ein bisschen komplizierter keine frage aber ihr habt halt eben mehrere vorkonfigurierte lans so wie ich jetzt hier in dieser kiste weil ich natürlich ein bisschen spezial mit routing gerade habe seht ihr ich habe mir eine eigene ip-adresse gegeben eine 40 41 da kann man auch reingehen und hat dann gesagt okay er hat diese ip-adresse und bezieht sich diese halt eben nicht irgendwie über der cp oder sonstwas und ich habe gesagt ich möchte damit halt eben gerne routen und warum möchte ich dann gerne mit routen weil ich die kiste von außen hier über mein netzwerk erreiche man kann aber auch sagen von nat also sozusagen für die für die network address translation halt eben direkt ins internet mit dieser ip-adresse aber spannend wird es natürlich für euch ein tier erst an diesem punkt hier und das ist so wenn man über sein netzwerk redet glaube ich so ein bisschen der dreh und angelpunkt wo es drüber geht wo darf ich mit welchem netzwerk über welches wlan kommunizieren und wo hängen welche ports im selben netzwerk drin das ist hier an dieser dieser stelle und da muss man sich erst mal dreimal so ein bisschen einlesen und zu verstehen wo passiert was also jetzt hier in meinem falle seht ihr es gibt hier einfach ein wlan 0 wo port 1 drin hängt an der kiste die da hinten steht da klemmt aber gerade nichts dran aber an port 2 haben wir gerade eben im dashboard gesehen zeige ich euch muss ich mir selber mich selber mich kontrollieren da seht ihr port 2 ist verbunden kann man gut erkennen guck mal unter lagen wlan seht ihr jetzt port 2 ist wird hier genannt das finde ich ein bisschen doof ein bisschen schade dass man das hier nicht umbenennen kann heißt aber jetzt einfach wlan 1 also an port 2 hängt im subnet 2 lan 2 das ist ja die ip-adresse die ich konfiguriert habe 40 41 hängt auch mein wlan tech 40 dran und auch nur der port 2 das heißt port 2 ist jetzt einfach auch ein router ist ein ganz normaler router port jetzt über den ich routen kann also die kiste ist ja ein vollständiger router wo eben wie lan tech 40 also der switch den hier hinten anschließt muss halt eben da wieder an tech 40 annehmen und verarbeiten können und verarbeitet jetzt import 2 und jetzt seht ihr hier ich habe zum beispiel auch einfach mal um ein eigenes netz zu bauen übers wlan da seht ihr ja hier wireless lan 2,4 und wireless lan 2,5 gigahertz sehen wir jetzt ich habe die ssid 1 ich werde schon wieder angerufen hat ist eine pimperneln ssid 1 und ssid 2 von meinen beiden wlan einmal 2,4 das ist schön auch dass das getrennt ist weil dann kann ich natürlich alles einzeln peilen habe ich einfach mal in lan 3 gehängt wie gesagt hört sich jetzt erstmal kompliziert an aber wenn man jetzt über den general setup page gehen sieht man wieder lan 3 alles klar ist das netzwerk das muss man einmal so ein bisschen verinnerlicht haben aber dann hat man auch kapiert okay wie funktioniert denn diese ganze netzwerk thematik hinter diesem dray tech router das muss man einmal wirklich verstanden haben sonst hat man halt eben ein problem genau sondern gibt es ja noch in den inter inter lan routing da kann man wirklich sagen okay von welchem netz kann ich denn zu welchem netz irgendwo sprechen wir gehen natürlich jetzt nicht durch alle optionen durch das war jetzt einmal sozusagen die netzwerk grundlage da könnte man natürlich videos draus machen anleitungs videos des todes aber wer so ein bisschen plan hat oder sich so ein bisschen einfach mal durch klickert der wird da sehr sehr schnell fündig werden aber auch einfach hier einfach mal gezeigt wie gesagt ich jetzt nicht durch alles durch aber ein port mirroring das kann auch nicht jeder ihr also port mirroring ist einfach wenn ihr irgendwelchen traffic über port 1 jetzt irgendwie rein kommt und ihr habt ihr mir gedacht wo irgendwie der port 1 da kommen irgendwie verdächtig verdächtig viele pakete oder irgendwas ist da doof da kann man einfach sagen alles klar ich enable das ganze hier sagt jetzt von jetzt muss ich mal gucken mir report okay port 1 kann man scheinbar nicht nehmen mir report 3 kann ich jetzt sagen alles klar alles was auf port 2 rein und raus geht mir haben wir bitte auf port 3 das heißt ich kann man einfach einen pc an vor drei an klemmen und bekomme wirklich jedes einzelne paket mit was auf port auf port 2 gesprochen wird wird einfach gespielt auf port 3 das kann auch nicht jedes gerät klar das verbraucht ein bisschen cpu aber wir haben die funktion und wenn man zwei troubleshooting zwecke eben braucht dann braucht man es schön lass uns mal schnell beim routing reingucken hat komplementiert quasi das ganze thema zwischen lahn und waren da seht ihr schon ich musste natürlich bei mir ich muss hier ruten ein bisschen routing eintragen aber in der routing table seht ihr schon da hängt auch ganz normal mein internet drin war ja irgendwas waren schnittstelle 1 also wir reden hier wirklich über einen vernünftigen router der es auch einfach so macht wie man es wie man es machen muss ein negativ einfach mal zwischendrin ich habe es eben schon mal wenn die oberfläche ist nicht mehr so nicht mehr so 20 22 das ist einfach so da muss man sich darauf einlassen also auch das mit den routing tables hier wenn man jetzt hier was einträgt das ist halt eben nicht ganz sofort erschließlich was wollen die überhaupt von mir und warum stehen hier so ein paar fragezeichen es ist halt eben alles zwischendurch immer denkt man muss sich aber darauf einlassen und auch ich musste mich darauf einlassen dann ging das ganze sehr sehr gut was haben wir hier unter lobe balance akku mal hier haben wir noch mehr funktionen richtung lobe balancing über unsere waren interface kann man da noch mehr einstellen kann ich von waren interface haben wir in der index 3 protokoll guck mal hier da können wir sogar wir können sogar lobe balancing machen über die einzelnen laden und waren schnittstellen leck mich am arsch gut lass uns einfach mal durch die weiter durchgehen wir haben netting genau habe ich mir gar nicht selber angeguckt aber ich habe irgendwo gesehen gehabt man kann einen dedizierten port das ging bei beiden maschinen einen dedizierten port konnte man als dmz sogar direkt einrichten guck mal hier dmz port lasst uns mal darauf klicken ich habe es mir selber noch nicht angeguckt gehabt okay hier wird irgendein netzwerk konfiguriert aber welcher port das jetzt ist irgendwo in den beschreibungen stand dass ich habe das irgendwo gesehen gehabt auf jeden fall selbst wenn man eine dmz einrichten will das ding bietet einem sofort die möglichkeiten irgendwie eine dmz einzurichten das heißt wenn ihr von außen zum beispiel irgendwelche dienste anbieten wollten mit worden password manager zum beispiel oder 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 kann man das ganze mit der kiste hier gut machen denn ich weiß der hat nämlich zum beispiel auch ein dd oder ein dynamic da haben wir schon dynamic dns mit an bord ihr kennt dieses elendige ihr wollt euch von außen erreichen über eure adresse die sich alle 24 stunden ändern so eine scheiße dafür haben wir das dynamic dns und da sind auch muss ich sagen einige eingetragene so die so die gängigen sagen wir mal so rum und ich sage mal bestimmt gibt es auch user defined und dann gibt es mit api wer kann dann auf dem markt so einfach und so ausführlich ich kann sogar auswählen auf welchem waren port ich habe nichts gesagt ich habe ich bin je länger ich da sehe und sogar mit beispiele hier und je länger ich dann sehe ich desto mehr begeistert bin ich halt eben von der kiste und ich muss mal sagen preislich ich habe euch mal hier unten die links rein mir wurde auch gesagt gehabt der vertriebsweg über amazon wird mir wirklich von den leuten gesagt der vertriebwegs über am vertriebsweg über amazon ist den sogar ziemlich lieb weil darüber geht es nämlich ziemlich einfach und die haben man scheinbar wenig wenig damit zu tun wir hatten uns zwar über die modems in dem fall unterhalten aber ich vermute mal die router wird es da ganz normal auch gehen außerdem das modem super hat auch noch eine neuere oberfläche und ich habe gesehen die access points von denen haben auch eine neuere oberfläche ich konnte ich leider noch nicht sehen deswegen kann ich nicht dafür zu sagen aber ich kann euch mal noch drei meter mehr dazu sagen was mit den access points ist wenn ihr nämlich die kisten ihr habt die haben nämlich den vorteil man kann das ganze irgendwie ich kann es euch natürlich jetzt nicht zeigen ich habe keine access points da ihr seht aber hier auf der linken seite central management die kiste oder die kisten eure access points hier dann irgendwo verteilt hat von denen könnt ihr auch hier zentral managen zentral überwachen und zentral einstellen über und natürlich über ein routing mensch das heißt sie sind vermascht und ihr könnt durch die gegend laufen und eure und euer handy lockt sich überall die ganze zeit ein und so weiter funktioniert hier auch schon leider sehe ich jetzt nichts weil ich habe keine access points sie sind nämlich wie soll ich sagen hart hart vergriffen lasst uns mal ganz schnell durch weiter weiß ganz schnell lass uns mal weiter durchgehen hardware acceleration wir haben eben hier schon mal ganz kurz was getestet hinsichtlich performance dafür müsste ich natürlich auch die andere kiste gehen kann ich euch jetzt nicht zeigen habe ich jetzt nicht die entsprechenden kabel drin das ist der andere hier der nicht mehr dsl verbunden ist sondern der per meinem waren hier verbunden ist ganz kurz zum bildchen zurück das ist die rechte kiste hier waren überladen also über meinen internet was hier sowieso bei mir in meinem haushalt liegt habe ich die kiste verbunden kann man hier auch sehr gut in der mitte erkennen ich nutze kein vdsl oder ppp sondern ich gehe einfach über die waren schnittstelle 2 wo einfach ein dhcp client ist der eine ip-adresse bekommen hat und das ist dann ganz normal seine waren schnittstelle und dann sehen wir auch hier waren zwei ist grün natürlich bekommen wir keine anzeige von wegen wie schnell ist man upload und download weil es ist hier ein reiner netzwerk traffic der kann es einfach nicht wissen doch ab diesem zeitpunkt habe ich waren das heißt allerdings wieder ein vollwertiger router und ich kann halt eben ins internet gehen dann wollte ich euch sagen ach so hier haben wir das eben getestet gehabt mit der cpu speicher aus cpu auslastung wenn man das ganze mal gut also routin technisch einfach mal unter unter feuer setzt weil hier habe ich ja gigabit internet da kann ich euch sagen ich kann es euch einfach nur sagen wir haben wir gerade eben in der cpu auslastung kommt da gar nicht an das heißt wir haben hier hardware offloading ganz normales routing über die ganz normalen ports läuft über hardware offloading eine sache habe ich schon festgestellt vielleicht muss mich einer korrigieren über wlan haben wir das ganze nicht das heißt wlan wurde halt eben irgendwie die wlan pakete wurden irgendwie von der cpu angepackt ist wahrscheinlich auch klar weil wlan ist immer noch was anderes und verschlüsselt und so weiter das heißt über wlan geht die cpu auslassung natürlich nach oben und dämpft halt eben sozusagen ein bisschen die geschwindigkeit das ist aber völlig normal wlan pakete sind verschlüsselt pakete müssen ausgepackt werden und so weiter und so weiter nicht im hardware offloading drin aber macht ihr über die kiste routing und switching erwartet sagt die cpu ist mir völlig egal läuft ganz normal über hardware offloading schön firewall thema habe ich mich jetzt gerade erst mal gar nicht so viel mit beschäftigt sondern ich habe die erst mal abgeschaltet weil ich in meinem falle per wlan von eigentlich per wlan per waren vorn herum reinkommen wollte weil ich euch auch monitoring zeigen wollte kommen aber gleich noch zu ich habe nur gelernt gehabt mit dem ding unter den ganzen filtern kann man wirklich ultra viel einstellen und die wirklich so wie es halt eben ist was darf rein was darf raus auch sogar auf paket ebene auf was ist das für ein paket typ ebene und ach was nicht alles die fans hat guckt euch das an das hat selbst auch nicht unbedingt jeder switch den ihr irgendwo kaufen könnt hier haben wir sind flut die fans das ist das wir meine wer meinen kanal kennt wenn ich zwischendurch live stream mache hatten wir immer mal wieder das problem mit den attacken und so weiter das ding bringt einfach sogar ein sinn flut die fans mit einfach so ihr braucht zu anklicken und es ist da ihr braucht nicht so rumpulen oder besonders einstellen ja natürlich werdet ihr zugeflutet wenn ihr zugeflutet ist halt eben das große problem aber vielleicht habt ihr da ja sogar mit der christliche lobe lenzen klack klack einfach umgeschaltet anderes waren benutzt und ist die sache erledigt also es gibt halt eben einiges auch und ich glaube das kommt irgendwo noch ein bisschen tiefer ddos schutz spoofing defense ist natürlich sowas wenn man man in den mittel attacken irgendwie abwehren kann also wenn in eurem eigenen netzwerk einer rumkreucht und fleuchte in die mail in den mittel macht und irgendwie versucht mitzuhören kann man halt eben über dieses spoofing mit ab request und so weiter auch halt eben alles so ein bisschen so ein bisschen runter dämpfen ich überspringe mal eben so ein bisschen wir gehen mal ganz kurz nach csm ich weiß gar nicht was csm bestimmt auch content keine ahnung was was weiß ich was filter da habe ich euch eben ja schon mal gesagt gehabt okay man kann hier wirklich einrichten also web filter einrichten ich kann spezielle urls einfach mal eben kurz weg sperren also die besagten ich darf die jetzt hier im video vielleicht nicht erwähnen oder man kann halt eben auch einfach auf einen keyword sozusagen auch das keyword erwähne ich jetzt besser hier mal nicht ihr denkt mal an eure kinder und dann wisst ihr vielleicht welches keyword oder welchen keywords ich meine kann man die halt eben hier einfach reinsetzen und dann hat man das thema auch erledigt erst mal ja zumindest so ein bisschen auf der sicheren seite wir haben die kinder jetzt ja schon mit dns und irgendwelchen keywords rausgefiltert wir haben denen jetzt ja schon das wlan abgedreht eben nur von nur bis 19 uhr und jetzt drehen wir den auch noch bandbreiten technisch darunter und sagen okay heute nur noch 100 mb können wir alles mit der kiste machen habe ich eben ja auch angeguckt funktioniert nämlich echt echt cool bandwiss management auch da wieder eine man kann die bandwiss auf session auf eine session das heißt ein gerät sozusagen einfach mal definieren man kann aber auch sagen einfach bandwiss limit also das ist dann so global gesehen einfach auf meine wahrenschnittstelle sage ich jetzt das und das wirklich total einfach ich habe es eben mal gemacht ihr seht das ist jetzt nur disabled transmit limit und receive limit habe ich eben einfach mal auf 10 m wird gesetzt hat mein handy genug einfach mal ein speed test gemacht 10 m wird sofort instant ich musste nichts machen habe das schnell eingerichtet war die sache erledigt kein gefrickel kein getue hat instant funktioniert eine quality of service kann man glaube ich aussetzen dass man sagt okay ich halte mir wie heißt es irgendeine gewisse bandbreite irgendwie vor oder drossel dass halt eben runter es gibt sogar burst burst einstellungen dass dann ein gerät für eine gewisse zeit einfach mal schnell pumpen darf oder sowas nur das gibt es auch habe ich auch alles gesehen aber wie gesagt das ist so viel ich kann euch nicht einfach alles zeigen cool ist dann da ich glaube dann habe ich ich glaube ein einziges mal irgendwo mal so wirklich ziemlich kommt mit fritz box kann das auch aber guck mal hier guck mal hier ich kann hier einfach sagen alles klar welcher traffic wird denn irgendwie mit welchem quality of service level irgendwie behandelt und da stehen solche sachen wirklich drin wie whatsapp facebook linkedin slack snapchat und so weiter und sogar irgendwelche protokolle netflix youtube und freunde netflix ok enable erstmal los brauchen wir sowieso nicht was wir brauchen ist hier wir sind hier auf youtube quality class 1 das ist das was wir brauchen das so kann man einfach so ein bisschen sich durch administrieren und deswegen sage ich auch das ganze thema ist auch wirklich interessant für kleine unternehmen arztpraxen vielleicht oder alles was auch größer wird in die richtung mit einer mannschaft von fünf bis 50 leute kann man das ding schon nutzen kann man das ding schon nutzen ihr müsst immer davon ausgehen in seinem unternehmen wird nicht alles geroutet das heißt nicht jeglicher traffic läuft über den router sondern auch viel einfach über den switch und über das internet ist halt ja gut mein gott die leute surfen halten aber wir können die leute begrenzen wir haben es eben gelernt content filter einfach einrichten so geht es auch ja in der applications sehen wir schon habe ich gerade gesagt dynamic dns wir haben denn wir haben eine elternte integration über lichtner wir können einfach den drake guter einfach in den elterp reinhängen dann kann sich wirklich nur noch der admin mit seinem zentralen active directory benutzer administrator kontrollieren wie einloggen wo kriege ich das und so vorgefertigt eine geile sache jetzt mal ganz kompliziert könnte ich mit den beiden teilen quasi mal ausprobieren die frage ist ob das überhaupt jemand sehen will dieses video ich kann die teile scheinbar in ein haar konfigurieren das heißt die zwei teile stehen dann also die zwei router natürlich und die spiegeln ihre konfiguration rüber und wenn einer ausfällt übernimmt der andere ich glaube nicht dass das den active active ist aber ein active passive ist hat auf jeden fall ich kann haa einrichten mit den teilen ja gut kommen wir zum großen thema ich habe es eben schon mal so ein bisschen angetriggert das hat eben leider gottes noch ich hoffe vielleicht wird sich ja draytech zu dem thema einmal melden ich hoffe dass natürlich war ja gerade in die kisten noch einzug findet weil dann er ganz ehrlich dann fällt mir quasi gar nichts mehr ein was hier irgendwie noch fehlt ich habe halt die möglichkeiten für ipsec wir haben viel über auf diesem kanal hier guckt einfach die videos haben viel über ipsec geredet heißt hier eine anbindung an der pf sense an der open sense überhaupt gar kein problem ssl vpn also ssl vpn kommt mir er bekannt vor aus irgendwelchen großen super provider mit was ich war cisco wie heißen die cisco c wie heißen die security point ach keine ahnung aus irgendwelchen großen ssl vpn können wir hier machen klar wir können doch das standardgemäße was ihr mit eurem raspberry pi macht oder was auch immer mit eurem handy einfachen open vpn können wir hier ganz normal einrichten funktioniert auch einfach konfigurieren kleinen konfigurieren konfigurieren zertifikate irgendwie juckt meine nase ich muss doch mal eben klären irgendwie meine nase entschuldigung ich sehe gerade interessant das war ich noch gar nicht angeklickt habe opn trunk management ich kann hier scheinbar sogar ein trunk einrichten active backup load balance sogar vpn profile so einrichten dass die in der art lobe lansing oder in active passive mode gehen vpn also das ist ja unglaublich eine certificate management lassen wir mal aus gut spannendes thema wlan wlan ist in den dingen auch drin brauchen wir halt eben zu hause ihr seht bei den dingern ich kann 4 vielleicht ich weiß nicht ob man mehr machen kann ich sehe ja eben leider gottes 04 man kann halt eben 4 w lans einrichten und da sind wir ja eben schon dabei gewesen die kann man separieren wie kann man einfach in verschiedene netzwerke reinhängen habt ihr gäste wählern habt ihr ein iot wlan und hat eben euer normales was was ich war wlan oder was ich war wlan keine ahnung und man kann ja sogar sagen auch da wieder ich bin ich bin einfach begeistert isolate member heißt isolate member das heißt ich habe jetzt hier zwei handygeräte im endeffekt und wenn die mit dem access point kommunizieren die hängen zwar im selben netzwerk die handys können aber wo ist ein zweites handy ist auch egal dann können die handys untereinander nicht kommunizieren das macht man ganz gerne in so hotel wlan damit halt eben der eine den anderen irgendwie aus sicherheitsgründen einfach nicht erreichen kann so ist das einfach isolate vpn müsste jetzt mal belegen derjenige darf nur über die vpn verbindung weiß ich nicht müsste ich mal nachgucken aber ihr seht das ganze geht ganz gut und da seht ihr links da links kommt noch einiges mehr das ist jetzt ja nur die ssid einstellungen security viele fragen natürlich immer bei dem thema wpa 2 die teile bringen auch schon wpa 3 mit also wir sind hier ja 2022 standoff ja wir können hier sogar wo habe ich dann irgendwo gesehen hat man kann ja sogar auch dieses wie heißt die authentifizierung möglichkeit über zertifikat gedöhnen so oder ist was hat hier drin ich bin jetzt blind spielt auch keine rolle habe ich irgendwo irgendwo gesehen gehabt access control lass uns mal ganz schnell durchgeben mac adressfilter ich kann halt eben wieder wie gesagt handygeräte nur zulassen die irgendwie in die liste eingetragen sind und alle anderen können sich gar nicht verbinden da könnte man könnte man quasi das wlan offen lassen weil jetzt mal ganz ganz blöd dahergeredet ap discovery also wir können unsere nachbar unsere nachbar wlans uns angucken was halt eben hier so durch die gegend strahlt um irgendwie zu sehen welcher kanal ist irgendwie noch frei auch wunderbar band steering war noch benzt und wird jetzt eben auf den scan hier warten der kommt jetzt gleich da haben wir schon auch guck mal da haben wir meinen tumor wähler an machen da ist mein labor ich sieht mal kummer also das ist das was ich so erwartet habe wenn man einfach mal seine umgebung so ein bisschen abscannt eine channeling band steering kriege ich noch zusammen band steering war jetzt gerade so aus dem stehgreif krieg ich leider nicht hin so das ganze natürlich noch mal absolut mit dem ganzen thema 5g auch da ihr kennt wieder wenn ihr das wlan selbst benahmt wie das 2,4 wlan da geht natürlich euer handy hin und nimmt das gängigste was halt eben gerade für ihn am besten ist seid ihr nah dran wahrscheinlich 5g seid ihr weiter weg wahrscheinlich 2,4 g aber das ganze haben wir schon gelernt ach so ich habe die kiste hier gerade neben mir stehen ich kann sie ja noch bewegen die antennen hier steht sogar drauf steht sogar drauf da nicht sogar für blöde wie für mich auf der antenne steht sogar drauf 2,4 und 5 gigahertz antenne also ich weiß dass die zwei antennen die jetzt dabei sind die sind natürlich mitgeliefert ist ja keine frage einfach für mein 2,4 sowie mal sowie für meinen fünf gigahertz netzwerk da ist wie viel der wie viele db gewinnen die antennen jetzt haben weil sie nicht steht jetzt nicht drauf kann man bestimmt aber nachgucken kann man bestimmt nachgucken gut haben wir das thema ja wie soll ich sagen wlan auch abgearbeitet usb applications gibt natürlich mit sicherheit mit samba oder sonst was gerade eben sagt die mir noch einer von den community mitgliedern irgendwie bei telekom oder sonst wo gab es mal ein problem dass irgendwie samba shares also netzwerk freigaben irgendwie über die warnschnittstelle rausgehen ich glaube hier werden wir das problem nicht haben aber wie gesagt ich denke mal man kann hier ganz normal auch mal eine netzwerk freigabe über die dinger machen das kann auch eine fritz box und sowas hier seht ihr auch schon fdp verbindungen tralalala kann man machen wenn man es irgendwie braucht für ein bisschen datentransfer ich habe auch irgendwo gesehen weiß ich jetzt nicht wo es war man kann auf jeden fall auch mal steht sogar von meiner nase print server man kann sogar irgendwie eine art print server vielleicht kann man den 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 usb drucker vielleicht hier drüber einfach anbinden und dann wird er irgendwie über netzwerk bekannt gemacht habe ich aber noch nie getestet kann ich also also nichts zu sagen ich vermute mal so wird es aber sein jetzt kommen wir auch noch mal zu zwei letzten großen themen im endeffekt was ich echt echt toll finde fangen wir erstmal mit diagnostik an wenn ihr mal irgendwas bei euch rumtüfteln muss es gibt natürlich einfach ein traffic graf den euch mal reinziehen können es gibt einfach ein vpn graf den man sich mal reinziehen kann wenn ihr zu eurem dsl eine frage ab da dsl status ich kann mit den werten und zahlen die da kommen kann ich jetzt nichts anfangen ich sage ja immer dsl ist für mich neuland klingeldraht internet ihr seht auf jeden fall alles in einem überblick nur viele interessieren sich dafür immer ich weiß meine downstream rate habe auch ich gelernt mittlerweile die hier steht ist nicht das was hier bei mir ankommt sondern ist das was bei mir hier ankommen könnte also was meine leitung wohl irgendwie hergibt und da seht ihr jetzt auch immer hier oben wo haben wir es da annex av dsl2 mit dem profil 17a bin ich halt eben connected wir haben es eben auf der internetseite gesehen haben das ding kann alles mögliche hier vdsl profile aab 17 35b ist wohl irgendwie das neuere von dem ganzen und super wegdringen 8 noch nicht die kiste kannst und für der der das ganze irgendwie noch in schön haben will gibt es das ganze auch irgendwie als grab also ich kann damit nichts anfangen er geht einfach schließlich darum dass wir einfach mit der kiste die absolute eier legende wollen nicht sauber kommen und das finde ich halt eben echt echt toll gut ein bisschen ping ein bisschen dhcp table und so weiter das flut table wir können uns auf table basis angucken wenn wir irgendwie eine ddos irgendwie abbekommen also ich glaube das ist eigentlich mal ein spannendes thema um das in seinem live streamer zu testen weil ich sage schickt mir doch mal eine ddos wir wollen einfach mal was sehen also ich bin ich bin hellauf begeistert von dem was ich hier so im endeffekt mal so ein bisschen sehe so und das system maintenance da habt ihr noch ein bisschen mehr was ich natürlich einfach mal zeigen wollte war snrp wir haben ein schönes monitoring drin ich habe die kisten auch einfach mal in meinen monitoren mit reingehoben ihr seht dass die beiden drei text ich habe euch schon zu ich habe euch schon eine halbe stunde voll ich hoffe ihr guckt das video überhaupt noch zu das ist halt wie auch immer auf jeden fall wir haben hier wirklich ein vollwertiges monitoring drin ich kann über eine freie monitoring software so wie ich die hier verwenden mit observium kann ich mir hier wirklich mal alle meine einzelnen lan ports mir angucken ich kann mir meine internetverbindung angucken monitoring technisch war irgendetwas mal aus ihr habt es gerade vielleicht schon mittendrin erhascht es gibt sogar ein schluck ich kann sogar habe ich auch eingetragen syslog server einrichten und dann sehe ich auch über mein entsprechendes gerät hier kommen meine ganzen syslogs an habe ich irgendwann mal das internet verloren hat sich ihre internet neu connected oder sonst was kriege ich alles mitgeteilt kann die kiste einfach mir auf meinen zentralen syslog server mitgeben vielleicht gibt es hier intern in der kiste auch irgendwo eine art login will ich echt nicht ausschließen um gottes willen es ist ich kann mich auch per e-mail alerten lassen und ich habe irgendwo gesehen das ganze kann ich sogar per sms machen ich kann da irgendwie ein sms dienst mit anbieten und dann wird halt werde ich halt eben irgendwie über über sms irgendwie informiert wenn ihr wie keine ahnung beim internet weg ist oder irgendwie sowas keine ahnung ansonsten zu feiern wer habe ich schon gehört gehabt oder hatte ich mich unterhalten gehabt ich bin jetzt hier auf der neuesten es werden feinware updates regelmäßig rausgebracht und dabei war echt spannend muss ich mal sagen ich hatte ja das 166 er die eierlegende wollen mich so also das 166 er ich habe selbst noch nicht getestet ist hier noch drin deswegen ist der karton noch voll die haben einfach obwohl das modem hier kein super vectoring konnte haben die durch software architektur es hinbekommen aus dem 166 er wo steht es überhaupt da das ist hat 166 er haben die es hinbekommen dass einfach super vectoring freigeschaltet worden ist nur das heißt einfach software seitlich sind die da echt super spannend und cool unterwegs und es ist auch der vertrieb läuft wirklich komplett über eine firma in deutschland wie ist dann uni uni wächst uni 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 wächst da univorx univorx gmbh aus schönefeld also berlin schönefeld und waltersdorf ok auf jeden fall ihr habt einen deutschen support ihr könnt sogar einfach mal da anrufen da wurde mir gesagt die helfen euch die geben euch deutschen telefon support jetzt um gottes willen rennt er nicht alle hin und ruft an um gottes willen bitte nicht bitte bitte nicht aber die haben halt eben einfach support dem man mal anrufen kann gut da unten waren wir jetzt das sind sozusagen die letzten reste jetzt hier mit central management man kann wohl auch vpn irgendwie zentral steuern aber ganz wichtig hättet ihr access points oder hättet ihr switche von denen was es natürlich auch gibt habe ich auch alles nicht getestet kann man das ganze zentral über euren zentralen router ganz normal verwalten so jetzt sind wir durch alle themen durch was fällt mir jetzt noch ein es gibt mir einfach zwei sachen die ich einfach mal als wie soll ich sagen als als negativ einfach mal durchgeben will ach so bevor ich das mache bevor ich das mache ihr interessiert euch ja auch immer um die stromaufnahme ich habe beide geräte hier dran gehabt beide geräte mit verbundenem internet aber kein traffic haben beide verbraucht 7 watt ich habe ja hier hinten in meiner steckdose kann ich live gucken jetzt gerade verbraucht der 6,8 27 66 was hier neben steht 7,6 jetzt 8,1 also schwank ein bisschen was echt auch super toll ist natürlich wenn da ein bisschen traffic drüber geht wenn die cpu hoch läuft sieht es ein bisschen anders aus aber wir werden da nicht die 25 watt springen oder sowas also keine sorge wir haben ja auch keine fresse jetzt wollte ich euch zwei würde zwei meines erachtens nach nicht so schöne sachen machen aber man gewöhnt sich dran das erste ist natürlich hier die web oberfläche die web oberfläche ist halt eben so ein bisschen 1997 oder sowas aber man gewöhnt sich dran und wenn man einfach festgestellt hat durch die hülle und fülle was man hier mit der kiste machen kann kann man halt eben sagen okay ich verstehe warum das ganze nicht auf einer super tollen html5 zeitgemäßen oberfläche hat irgendwie gebaut wird das ist halt eben enormer aufwand solch eine feature liste irgendwie umzumodeln in der html5 oberfläche deswegen sage ich mal und ich habe auch schon gesehen andere geräte haben auch schon andere oberflächen das heißt also um gottes willen wir haben hier wirklich neue geräte stehen ich kann mir gut vorstellen dass das vielleicht irgendwann kommen wird die nächste sache die mir aufgefallen ist die ganz ganz häufig ist wenn man irgendwelche sachen hier ändert die irgendwie grundlegend sind keine ahnung ich ändere jetzt mal hier irgendwas vielleicht macht das sogar vielleicht kriege ich sogar die meldung und die haben jetzt gerade irgendeine andere meldung bekommen ich ändere jetzt mal irgendwie lan einfach mal aus und mache immer auf port 4 irgendwas drücken auf ok vielleicht da kommt die immer wieder die meldung das ist halt eben leider gottes so nicht bei allen ihr sollt die kiste rebooten dann bei vielen meldungen nicht bei allem o gottes willen das ist bei so grundlegenden sachen wenn zum routing gdsl geht warm geht will die kiste andauert immer wieder dass ihr sagt rebooted weil die änderungen sonst nicht wirksam wird das ist auch so natürlich bei den software seitigen sachen nicht unbedingt aber wenn ihr bei den grundlegenden sachen seid wenn es darum geht lan waren dsl oder sonstwas will er immer wieder von euch ein reboot haben und wenn ich natürlich reboot verliere ich natürlich meine connection das heißt hier geht nichts mehr meine freundin regt sich wieder auf internet ist weg also wenn ihr daran rumfummelt an den grundlegenden sachen will denn reboot haben ihr könnt allerdings trotzdem obwohl er jetzt fragt soll ich rebooten anstatt ok zu drücken dass der reboot könnt ihr einfach auf der seite klicken und dann könnt ihr halt eben einfach weiter administrieren und erst wenn ihr fertig seid mit all euren änderungen könnt ihr dann halt eben erst rebooten dabei mal der tipp ich weiß gar nicht wo es war ich glaube hier oben ganz recht oben müsst ihr mal gucken config backup könnt ihr euch auch einfach mit einem mit einem one click einfach die konfiguration herunterladen und dann falls irgendwas in brüche gehen solltet auch einfach wieder die konfiguration irgendwie einspielen so ich glaube ich habe euch jetzt echt viel zu lange viel zu lange voll gelabert aber ganz ehrlich ich habe das einfach mal gemacht weil ich selber festgestellt habe alter wir haben hier auf dem markt aus einem deutschen guten vertrieb mit einem habe ich euch gar nicht gezeigt gehabt ihr müsst das noch nicht mal sehr englisch haben ich habe die andere kiste extra mal doch habt ihr vielleicht der aufmerksam aufmerksam hat darauf geachtet die kiste gibt sogar in deutsch eine für die die einfach mal eine deutsche kiste wieder haben wollen gibt es halt eben in deutsch wie auch immer ich muss sagen wirklich ich ziehe meinen hut vor seiner kiste dass wir hier sowas wirklich noch haben und für eine absolute vergleichbare markt und ich ziehe jetzt einfach mal den vergleich zwischen denen habe ich irgendwas da ja sicher ihr kennt die teile oder ihr kennt die teile und wenn ich das ganze jetzt mal hier ist das vergleichbar preislich feature technisch macht ja einen großen abgang feature technisch landen wir hier und ganz ehrlich wer sich da ein paar meter mal rein klickt in das ganze wird feststellen das ist gar nicht so schwer das sieht im ersten augenblick nur so ein bisschen kompliziert aus ist es aber gar nicht gut ich hätte jetzt gerne falls ihr doch dabei seid dass ihr einfach mal vielleicht habt ihr eigene erfahrung was sagt ihr jetzt was ist euer bauchgefühl was sagt ihr jetzt dazu also ich muss sagen ich bin hellauf begeistert gerade auch wo ich gesehen hat man kann sich dass die ganzen ddos attacken und sowas einzieht na egal wie auch immer ich rede viel zu viel falls ihr irgendwas über die teile spezielle sehen wollt fragt mich nicht sagen wir auch immer natürlich fragt selbst unten rein vielleicht weiß einer kommt in die community es gibt die viele leute die sich mit den teilen beschäftigt haben die die teile aktiv nutzen und deswegen habe ich die ganz normal getestet so jetzt aber auch wirklich ende ich wünsche euch alles gute bleibt gesund bis dahin macht's gut und